Sander die Namen besondere Prozent besonders schwieriger Gegner erscheint in unterschiedlichen Farben um anzuzeigen welche enorme Gefahr von ihnen ausgegeben damit gelben Namen sind überdurchschnittlich gefährlich und an Namen in Orange weisen auf extrem mächtige Gegner in die ist alleine mit einer ganzen Abenteuergruppe aufnehmen können Prozent er auch auf der Saison jetzt kommt die Gelber was ihm gesagt wurde auch mein Gott er hat ein Hörer die aufhaltbare Macht ein Auer der Mordauer wenn du sie gibt es die Veraufhaltbarkeit und auch der Sorte der quasi Minibus und nun die Begründung an der Dore und ich habe auch ein Zahnarien vor Ort die Fresse aber der Hammer sieht geil aus ich auch gerne Nö, ich spiel nicht mit Hammer Ich mach auch kein Stratkul, ne Ich mach Schwerter, extra und wenn es sein muss, dann in den Stratkul. Weil ich auch was vergessen habe und gesagt habe, dann würde ich schaue. Stäbe, ne? Stäbe, ne? Stäbe, ne? Stäbe, ne? Stäbe. 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 Stäbe, ne? Leib. 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 Der hat sogar jetzt schon 1,32 und 3,32 Punkte gegeben, weil das so ein Wesen mit Ranghalt war. Na ja. Es können wir hier wie das Geld. Jetzt nehmen wir mal. Was nehmen wir denn? Stärfe bei unterstärken und ein paar Jahre. Was ist das? 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 Da hat das Charakter das Ende zu durchschauen und zu beeinflussen hat sich verbessert. Das hört sich nach vor an. Wünscht du? Ja, das ist das Besondere. Wenn du eine hohe Manipulation hast, dann kannst du mit deinem Teamgefährten leichter schlafen gehen. Super! Und wen hat das hier interessiert außer dich? Nein. Hey, ich bin klug, dass ich függeln! Ich bin kein Lust. Nein. Nein. Ich bin ganz tierlieb. Nein. Nein. Ich bin ganz tierlieb. Okay. Framerate. Kann schon mal. Vielleicht mal Frems für irgendwann eben. Ich wollte mal sagen, vielleicht nicht mal viel Speicher übrig. Hm. Ja, wort mir die Wunder. Wobei bei Resident Evil eben hat nur noch nicht mehr viel Speicher und das hat auch nicht gehabt. In Bosford. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns. Bye, 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 bye. So, hallo, willkommen zurück. Jetzt fällt mir kein Lied an, dass ich singen kann. Ach, mein Lied willst du denn immer singe? Ja, eben habe ich ja Backstreet's Back gesungen. So, jetzt geht man diese mysteriöse Tür in der Speisekammer irgendwie. Oh, guck da mal an. Quasi-Modus umgekommen die Köchen. Da steht da voll drauf. Ja. Die steht auf der Köchin. Die steht auf der Köchin. Kann ich das nicht gehen? Nee, das ist ein Typ. Oh. Ach, da seid ihr ja. Ich... Ich... Ich habe... ...preis nicht gefragt. Schaut das noch nicht. Das sieht ja wichtig genug. Also, wenn man die nur von der Story, jetzt nicht von der Brutalität, äh, vorausgehen würde, würde man sagen, die Story ist echt hart gemacht, weil das geht ja gleich. Rühren wir mal um. Oh. Oh. So. Ich werde Hoff für seinen Verrat töten. Er darf nicht damit durchkommen. Der König wird... Bryce, wir müssen dich von hier wegbringen. Wenn ich aufstehe, sterbe ich vermutlich. Unsinn, du wirst wieder gesund. Muss man sagen. Na ja, da ist eigentlich wirklich... Schütte... 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 Egal, äh... Schütte... 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 aber wir haben das was wir jetzt haben wir jetzt gesagt wir haben jetzt geschwäßt und ich versuche mich so verbreitet in einem Tag kommen einige Flasche Cola 60 Cent ich bezahle sonst nur einen Euro ja geht die Flasche hier die zieht sich rüber und ich bezahle sich 60 Cent weil ich mir Geld geliehen hatte ja guckst du denkst du ich geh auf Wechselgeld ey die guck mir an gridsfreundlich komm ich langsam auf den Gedanken ey ich krieg ja doch nichts mehr wieder oder warst du schon na und heute bin ich hingegen habe ein Euro bezahlt und dann hat sie jetzt Wechselgeld und ich mich so auf die Flasche gelehnt so und heute kriege ich was wieder na ja auch voll vorbei weil ich gestern zum Kumpel auch hoffen der Sieg das dann nicht aber wenn man jetzt mal weiter machen er sagt es braucht das Gegenruf unternehmen und ich war ein so vieles das war auch da auch der Mann das Auto an ich so äh also flog wird die meinte dieses Auto ich so nein ich zeig Ihnen hier ich zeig genau hin welches Auto ne also dieser BMW ich so nein ne also also ja welches Auto meinst du denn ja guck doch mal dahin da zeige ich den also ja das ist doch der BMW nein ich hab ganz schön eine andere Richtung gezeigt Alter ich hab gestern so was schnauze voll von denen gab ey ehrlich ey wo war das Aldi Prozent er hat sich auf der Suche nach Rekruten das Problem haben wir gesagt das angesichts der Bedrohung durch die dunkle Brot kann ich nicht mit leeren Händen abreißen naja abgeschwiegen vom Thema ne ja eigentlich gibt's auch bei den uns Aldi gibt's ja auch weißt du anders heißt Moosbar sprecht ihr über mich bis zu mir vorhin neun ich glaube auch die Tröpfung des großen Erbauten wir sprechen nicht über wir sprechen über die wir sprechen über Altena und er sieht gut aus auch so ein Zopfter doch das ist so gut wie es am Bauchhörsen König was passiert ist was schwer ist zu haben wird eure Tochter aus dem Ort er hat mir auch mal alles auszusetzen Mr. Haken-Nasen wieder mehr dann seid ihr bei der Schleifersbeckung willkommen ja kannst du das nicht auf deinem Tastaturenbildschirm einstellen nein das ist schade ich nehme euren Heiratentrop an ja meine Pflicht ist es Hau zur Rechenschaft zu ziehen wie gesagt bei diesem Gespräch ist es wirklich egal was man andrückt weil es läuft auch das gleiche Ergebnis hinaus was ihr gleich sehen werdet ich hab's nämlich tausendmal ausprobiert und es ist wirklich auch immer das gleiche Ergebnis geführt stirbt er oder wurde getötet? ja der da erfüllt steht ihre Pflicht und die dunkle Wuner aber ey ey das ist ja von Wunscher du musst gehen ja zu deinem eigenen Wunscher oder so oder der Wunscher ich tu es vor für dich ja das ist der Vater? ja das ist der Vater? das ist der König das ist der König unsere Tochter wird durch die Königin naja gut Karen und die Weltveränderung kein Schimmer du wirst mit sich halt da erklären Karen ist ein Adelstitel ok gut ich mach Adel nicht ich war damals in einer Monarchie war er Adel nicht gestanden und immer direkt mit einem König über einmal so vorzulegen genau aber ich werde dich nicht verlassen genau deswegen mach ich den nicht ich mach auch so Monarchie und so nicht allein wenn schon wegen Ludwig und Sonnenkönig da Ludwig der Vierzehn ist das der Tod uns scheidet hm ok schon wieder auf Topic es tut mir leid dass es so gekommen ist nochmal eine Blutlache ey bereitet sich rein wieder aus wir haben alles getan nun ist es an unseren Kindern ja aber vorher in den Titten ne geh mein Kind wo ist so schuss warne deinen Brüsten ey nicht so welche Sprachen ne Brüsten wir leben euch beide ich sag so auf Titten wie ich will sie sind durch das Tor gebrochen wir müssen gehen jetzt na ich durfte sterben beide äh das heißt du bist ein Waisenkinder voll geil ey das darfst du doch nicht spoilern das sieht man doch hä nein doch hä wieso sie ist so unverletzt was mehr oder weniger mal verletzt natürlich sterben die ja wo ist die denn bitte verletzt nein aber die hat doch irgendwas gesagt hast du dir zugehört nö siehst du also es war kein Spoiler wir werden durch das Hinterland nach Süden reisen zu den Ruinen von Ostegar am Rande der Korkarien hey guck mal das hinterlässt das war ich von der Winter errichtete Ostergraf langer Zeit und die Kinder ich dachte eigentlich an COW ach so ja das können wir auch völlig verstehen ja wow die Truppen des Königs haben schon mehrfach gegen die dunkle Brut gekämpft aber hier wird sich die Hauptstreitmacht der Horde zeigen im Moment gibt es in Ferelden nur wenige graue Wächter aber sie sind alle hier das ja auch eine Ruine so ist diese eine Kräfte der Horde auch gebaut mit diesen seitlichen Stutzen die leiten nicht wenn sie sich nach Norden ausbreitet wir haben Ferelden eigentlich egal für die damalige Zeit wo wir es in Bord haben König Kaelin ich hätte nicht erwartet was für hässliche Schilde eine königliche Begrüßung ich hatte schon Angst ihr verpasst den ganzen Spaß um keinen Preis der Welt euer Majestät ich könnte da was für sagen aber das ist ja voll der Mega-Streule dann sagst du es mir aufschrien hä dann sagst du es mir aufschrien was was du sagen willst ja ist sie das erlaubt mir euch einander vorzustellen euer Majestät das ist nicht nötig danke ich finde die Rüstung sowas von scheiße die andere sieht besser aus ich finde die Schultern ich finde die Schultern sehen gar aus und ähm nehmen wir noch irgendwas die Brüste schaß aus euer Bruder ist bereits mit den Männern aus High Ever angekommen aber wir waren noch immer aus eurem Vater aber ich fand ihn ein bisschen besser gefallen? was meint ihr damit? Duncan wisst ihr etwas darüber? Taren Kusland und seine Frau sind tot euer Majestät sag mal wo ist mein Danke auf einmal die schien war ein schöner die finde ich geil ähm wäre auch ein Spoiler kann ich nicht sagen ich wird noch ich kann es kaum begreifen jetzt rätsel voll geil man weiß nicht wo man ist ja das kommt ja wenn ich das anfange wo bin ich ja in deinem schlimmsten Albtraum ohne meinen digital aufzuwachen ist mein schlimmster Albtraum ey nichts von das ist ein Zitat von Harry Potter von Gold Mirror ja ja Schleichwerbung von Gold Mirror alle angucken ich bin mir sicher ihr würdet gerne euren Bruder sehen eure Schweinität eure Schweinität kannst du mit dem hochvögeln? nein das wär da war ne das würd ich nicht machen ja ich kenn wieso das denn? das sieht kacke aus ja ich find den cool ah der hat so eine laszive Haarsträhne auf der Wanne hängen das bezweifle ich nicht ich bin mir sicher ihr werdet ihn wiedersehen sobald die Schein vor euch ist naja verzeiht mich aber nicht mehr kann ich nicht tun naja ich kann euch nur raten euren Schmerz vor erst gegen die dunkle Brut zu richten geht schon wieder los gerade da hängen die Haare immer so ans Gesicht das ist so nervig vor allem wenn die dir das Gesicht her prüfen und später hängen sie wieder da verzeiht dass ich euch verlassen muss ja das nächste Mal gleich mit dem Haar rüber aus muss mit dem Zopf hier hey und mich ein Einhorn das ist auch gut das ist wieder mit dem Stuklin Schlaß aus sag mal bleibt der mit dem Onkel? ja cool wir haben schon drei Schlachten gegen diese Bestien gewonnen und morgen wird es nicht anders sein manche würden sagen zu sicher nicht wahr Duncan? sag mal ähm ja es geht um Drachen neben dem nee 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 das meine ich gar nicht was der Name schon sagt wieso fangen wir mit Dragon Age Origins und nicht mit Dragon Age 1 an ich bin mir nicht immer sicher dass das wirklich eine Verdecknis ist so 1 ok ich bin mir nicht immer sicher dass das wirklich eine Verdecknis ist die Schlachtfelder sind die Schlachtfelder sind die Schlachtfelder ne weißt du äh von Dragon Age 1 an gibt es auch noch Awakening das ist das äh das ist das äh das ist das Art von den Geschichten ja ne hab ich schon mal auch mehr Game 1 gesehen oder so ganz großer Game 1 Fan sitzt hier gerade du auch? echt? noch nicht gesehen oh Gott voll versorgt was das ist folgende neuer ich muss ja mal auf YouTube was sagen manchmal heute war ich vielleicht noch zu early aber wo ich sagen wir machen wir nach der Katze mal einen schnitt ne? nach welcher Katze? Aaaaah Katze! Szene! Zwischen Film-Sequenz-Ding! also ich hab Katze verstanden ich hab tatsächlich Katze verstanden ey so geil ey oh Scheiß Sie haben ihr einige Schlachten gegen die dunkle Brut gewonnen trotzdem ja alter ich weiß ja mama ja mama ja mama halt die Fresse äh ist das Spiel dann nicht sehr dialoglastig? haha aber ich kann den König Schleswig lassen mich nur mein Gefühl zu vertrauen ja ja nee ich klick mich ganz durch die Möglichkeiten durch such dir mein Zuhause such dir mein Zuhause such mir da zu meinem Weg hm wenn du möchtest kannst du dir zu meinem Lager umgehen nicht mehr zu dem Lager umgehen nicht mehr zu dem Lager umgehen nicht mehr zu dem Lager umgehen hier im Lager ist ein weiterer Grauer aber es kommt ein sofort ob du nur redest aber das ist nicht so geh zu ihm wenn du bereit bist ne er sagt man ja weil bis zu ihm da muss ja auch umherkommen das Blut die anderen Rekruten zusammenzurufen während ich mich um ein paar Dinge Alter wie geil die Alpen das Zelt der Grauen Wächter liegt hinter dieser Brücke natürlich Minecraft muss graben hehehe ehrlich ne ich hatte ihn einfach so in Minecraft Flash da hab ich die ganze Welt in Minecraft gesehen ich hab draußen geraten, guckt und hab diesen Garten äh vor dem geistigen Auge in Minecraft Felder so unterteilt ahja ja das ist nicht gut ich dachte immerhin die Klingel der was halt gar nicht mit was ist denn das ist die Hinterrückmusik so, einfach machen wir hier einen schnitt weil ich in Aldi will und dann laden wir es auch mal hoch bei bei ciao